11.11 Uhr ist gerade vorbei und in Köln sagt man, KÖLLE! Allah! So soll es sein! Hier in Köln, die Saison ist eröffnet. Was willst du unseren Leuten sagen? Ja, was würdest du sagen? Ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Dass sie viel Spaß haben. Kein Theater machen und dass sie vier und schöne Mädchen kennenlernen. Aber bitte kein Theater machen und keine Schlägerei anfangen. Nur Glücklich sein und Frieden. Das ist das Wichtigste von allen. Das ist gut. Ansonsten macht die Fortsch hier in Köln. Pass auf doch! Komm aus Märchenisch! Ich wünsche euch alles Gute! KÖLLE! Hallo, Allah! Wo seid ihr hier im Langweiler? Komm jetzt! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! Wo bist du? KÖLLE! KÖLLE! Allah! Wo sind wir hier? Düsseldorf! Keiner da! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! KÖLLE! Allah! KÖLLE! 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 KÖLLE!